hallo hallo ja heute möchte ich dir ganz kurz zeigen wie ich hier so unboxing videos erstelle das ist eigentlich ja ziemlich unspektakulär es ist hier hinten ein tisch eine wand und auf der anderen seite hier steht eine kamera in dem fall die d500 mit dem kit objektiv um 1680 und siehst du dann vielleicht mal sehen ja genau so sieht das dann aus ok kurzer einblick also wenn du auch fast youtube videos zu machen oder sonstige videos zu machen du brauchst eigentlich nicht viel einen raum einen tisch eine wand kann natürlich auch eine weiße wand sein und eine kamera that's it in diesem sinne bleibt kreativ zum nächsten mal ciao